Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Vor unserem wichtigen Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg gibt es ja noch einige Fragen. Muss Rodrigo Salazar erneut auf die Bank oder bekommt er von Thomas Reis die Chance in der Startelf, sodass man es taktisch ein bisschen offensiver macht? Zudem gibt es ein ordentliches Personalupdate und dort wird es vor allem interessant rund um Sepp Vandenberg, denn der kann endlich wieder trainieren und wir sprechen nochmal über unsere Leichtgabe Marvin Pieringer, denn der sorgt aber Paderborn weiterhin für Furore, sprechen nochmal über eine mögliche Winterrückkehr, was da war und was da dran war und eben auch wie man dann im Sommer möglicherweise mit ihm planen wird. All das und mehr heute bei den aktuellen Schalke News. Und wir legen natürlich direkt mal los mit Marvin Pieringer, bevor wir gleich dann auf die aktuellen Themen rund um unsere aktuelle Mannschaft schauen, denn dazu gehört ja Pieringer aktuell nicht. Im letzten Sommer hat man sich ja dazu entschieden, Pieringer zu verleihen. Es ging für ihn zum SC Paderborn und bislang ist das ja eine volle Erfolgsgeschichte. Von Anfang an hat er sich dort unter Lukas Kwasniok einen Stammplatz erspielt. Im Doppelsturm spielt er dort eine wirklich gute Rolle und überzeugt nicht nur mit Toren und Vorlagen, sondern eben auch mit Tempo, spielerischer Klasse, hohes Gegenpressing. Und all das sind sicherlich Faktoren, die wir von ihm auch sehr, sehr gerne auf Schalke sehen würden. Stark ist vor allem seine Bilanz, denn für Paderborn hat er 19 Pflichtspiele gemacht, 12 Tore erzielt und 7 vorbereitet. In der zweiten Bundesliga steht er mit 8 Toren auch richtig gut da. Und das ist bisher natürlich eine richtig starke Saison von Marvin Pieringer. Man hat ihn ja auch ganz bewusst ohne Kaufoption verliehen. Trotzdem ist natürlich die große Frage, wie geht es denn mit ihm im Sommer weiter? Denn schon im Winter wurde ja auch von vielen Fans das Thema aufgemacht. Ja, warum holt man denn nicht Pieringer zurück, wenn man einen neuen Stürmer sucht? Denn Sebastian Polter hatte sich ja verletzt. Wir haben mit Michael Frey wen Neues hinzugeholt. Und generell läuft es ja bei uns im Sturmzentrum nicht gut. Also wir bräuchten eigentlich jemanden, der nochmal mehr Tore macht. Wo Pieringer zeigt auf jeden Fall, dass er es in der zweiten Liga kann. Ich denke mal, dass es auch vollkommen richtig war, ihn jetzt nicht in Paderborn im Winter rauszureißen. Er selber hat ja auch gesagt, im Winter gab es keine Gespräche rund um eine Rückkehr. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt möglicherweise auch vertragliche Vereinbarungen, die das gar nicht zwingend erlauben würden, dass man ihn einfach so zurückholen kann. Und das läuft auf jeden Fall wirklich gut in Paderborn. Jetzt auch zum Rückrundstart gegen Düsseldorf hat er beim 4 zu 1 Erfolg wieder getroffen. Er ist einfach dort vollkommen drin in der Mannschaft. Und deswegen hoffe ich persönlich auch, dass man ihm im Sommer auf Schalke eine neue Chance geben wird. Denn Pieringer ist für mich ein Stürmer, der sehr, sehr gut zum System von Thomas Reis passt. Er ist mit 1,91 Meter ein sehr, sehr großer Stürmer, physisch stark, bringt aber auch wirklich eine spielerische Klasse mit, die echt gut ist für einen Neuner. Und vor allen Dingen hat er ein gutes Tempo und ist sehr, sehr giftig im Anlaufen. Und ich finde, all das ist prädestiniert für den Spielstil von Thomas Reis. Und wenn ich dann mal so auf unsere Neuner-Position schaue, steht ja vertraglich Sebastian Polter auf jeden Fall bei uns unter Vertrag in der kommenden Saison. Bei Michael Frey Ende der Live-Vertrag. Wir haben eine Kaufoption. Und bei Simon Teroddo läuft ja auch der Vertrag aus. Sprich, es könnte sein, dass uns zwei Stürmer verlassen. Und wenn ich dann aktuell Marvin Pieringer sehe und Michael Frey, dann würde ich schon sagen, warum sollte man Frey fest verpflichten? Stand jetzt. Vielleicht wird er noch so richtig durchstarten bei uns. Und dafür sollte man dann lieber Marvin Pieringer die Chance geben, sich zu zeigen. Weil wenn er so weitermacht, ist er für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Stammspieler-Kandidat. Als sogar bei uns, wenn wir absteigen und selbst wenn wir doch noch in der Bundesliga bleiben sollten, würde ich Pieringer mal sehr, sehr gerne unter Thomas Reis sehen. Weil ich glaube, ein selbstbewusster Stürmer, der dann eben aus der zweiten Liga zu uns kommt, kann uns da auf jeden Fall schon extrem helfen. Sprechen wir nun aber mal über die aktuelle Mannschaft, die wir zur Verfügung haben. Und dort füllt sich der Trainingsplatz immer mehr und mehr. Denn unsere Mannschaft ist nahezu wieder komplett. Zumindest was die Langzeitverletzten angehen. Klar, Justin Hegeren und Sebastian Polter fehlen uns weiterhin. Aber Sepp Vandenberg hat das gestrige Training wieder mit der Mannschaft absolviert. Und das sind natürlich tolle Neuigkeiten. Auch Schalke hat die ganze Geschichte auf den Social-Media-Kanälen gepostet. Er war dort zu sehen, hat auch wieder die ganzen Bewegungen mitgemacht. Und das ist natürlich nach so einem Sprunggelenksknorrenbruch, ich weiß gar nicht genau, was er da war. Auf jeden Fall war es eine ordentliche Verletzung am Fuß. Und da ist es natürlich schon sehr, sehr gut, dass das alles wieder funktioniert. Thema Innenverteidigung könnte natürlich dann auch sehr, sehr interessant werden, wenn Sepp Vandenberg wieder fit ist. Denn Moritz Jens hat uns ja sicherlich bis hierhin in zwei Spielen alle vollkommen überzeugt. Maya Yoshida hat sich zumindest gegen Gladbach auch dadurch ein bisschen besser präsentiert. Aber Sepp Vandenberg ist natürlich schon ein Spielertyp, der durchaus gut zum Fußball von Thomas Reis passen kann. Das wäre sicherlich wünschenswert, wenn auch er, ähnlich wie Leo Greimel, nahezu bald auch wieder fit sein wird, topfit sein wird. Ist schon mal gut, dass er wieder im Training ist. Ich gehe auch mal davon aus, dass er jetzt gegen Wolfsburg oder auch danach die Woche gegen Union Berlin noch nicht zwingend ein Kandidat sein wird. Ansonsten gibt es auch Updates zu weiteren Spielern, denn auch Niklas Tauer ist ja wieder fit, hat ja einen Muskelfaserriss. Er trainiert aber zumindest noch weiterhin individuell. Danny Latza hat er gegen Gladbach aufgrund von Knieproblemen gefehlt und Marcin Kaminski aufgrund einer Erkältung. Beide haben auch beim gestrigen Training gefehlt. Soviel also zum aktuellen Personalupdate. Es ist auf jeden Fall ganz gut, dass unsere Mannschaft immer breiter wird, immer fitter wird, weil natürlich ist auch das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir eben nicht wieder im Laufe der Rückrunde unsere besten Spieler vermissen sozusagen und ersetzen müssen. Jetzt sind ja schon Salazar und Kral wieder fit. Und wenn dann auch noch bald Sepp Van Beek wieder dabei ist, dann sieht das sicherlich sowohl defensiv als auch offensiv wieder richtig gut aus. Und apropos Rodrigo Salazar. Da gab es ja nach dem Gladbach-Spiel schon ordentliche Diskussionen, inwiefern er denn uns gegen die Borussia hätte helfen können oder nicht. Auch da habe ich ja schon gesagt, dass ich es in Summe logisch begründet fand von Thomas Reis, warum er ihn eben nicht gebracht hat. Sicherlich war auch am Ende nicht geplant, unsere beiden Außenverteidiger mit Uronen und Brunner auszutauschen. Ansonsten wäre ja noch ein möglicher weiterer Wechsel drin gewesen. Aber Rodrigo Salazar saß 90 Minuten auf der Bank, war sicherlich auch nicht wirklich damit zufrieden. Aber Thomas Reis wollte ganz bewusst einen klaren Sechser mit Eda Balanta und eben davor zwei schon eher defensiv stabile Achter mit Kral und Kraus. Deswegen war Rodrigo Salazar als klassischer Zehner ja 90 Minuten auf der Bank. Und da ist eben jetzt die große Frage, ändert sich das gegen den VfL Wolfsburg? Denn Reis wollte ja grundsätzlich erstmal mit Kral und Salazar nicht zwei Rückkehrer mit fehlender Spielpraxis von Anfang an aufbieten. Das war ja auch schon vorher durchaus durchgeklungen, dass wir jetzt wahrscheinlich nicht Salazar und Kral sehen werden. Klar ist aber natürlich auch, je länger beide wieder im Training sind und desto näher die nächsten Spiele rücken, desto mehr fit sind sie natürlich. Und dann ist das Argument natürlich nicht mehr zwingend da. Dann wäre es natürlich auch sehr gut denkbar, Kral und Salazar zu bringen. Aber gegen Gladbach wollte man ja ein kompaktes Zentrum ohne Salazar haben. Und wir gehen nochmal ganz kurz durch, warum das Reis auch so gesehen hat. Ohne Rodri nahe zu treten. Aber das kann er noch nicht. Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Und auch bei seinen Wechseln, unter anderem eben Drechsler für Belanta, wo eben einige schon gesagt haben, ja da hätte man ja Salazar bringen können, hat ja Thomas Reis auf den Uruguayer verzichtet. Wir wollten die Statik nicht durcheinander bringen. Und deswegen ist eben eine Sache ganz klar, wenn Rodrigo Salazar gegen Wolfsburg spielt, dann wird man sich im Zentrum ein bisschen offensiver ausrichten. Gegen Gladbach wollte man lieber ohne Salazar den sicheren Punkt mitnehmen, als ihn vielleicht durch seine Spielweise noch zu verlieren oder eben bedingt durch Salazar auch nochmal mehr Risiko einzugehen. Denn natürlich ist auch klar, und das hat man, finde ich, gegen Gladbach sehr, sehr gut gesehen bei den ganzen Umschaltaktionen. Nun, es fehlte so ein bisschen die offensive Power. Denn natürlich ist logisch, in unserem Abstiegskampf reichen uns auch nicht unentschieden. Wir brauchen Siege und gerade im Spiel nach vorne kann uns natürlich in Salazar helfen. Das haben wir ja auch schon gegen Köln gesehen nach Einwechslung. Die Salazar sofort da war in der Balleroberung, Ball nach vorne treiben, Passspiel und erst recht auch mal den Abschluss zu suchen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es gegen Wolfsburg aussehen wird. Ich gehe persönlich davon aus, dass Salazar auch dort erstmal auf der Bank sitzen muss und glaube, dass man auch gegen den VfL erstmal wieder auf das kompakte Dreiermittelfeld Kraus, Kral und Ballanta setzt. Aber je nachdem, wie es dann läuft, wenn es in der zweiten Halbzeit eng ist und vielleicht Ende heute Unentschieden steht, kann ich mir dann sehr, sehr gut vorstellen, dass Rodrigo Salazar eingewechselt wird. Möglicherweise dann statt Dominik Drexler. Aber ich glaube schon, dass wir ihn dort erstmal noch auf der Bank sehen und er wieder nur der Joker sein muss. Natürlich nicht schön für ihn, aber natürlich auch ein Stilmittel, um erstmal defensive Sicherheit zu haben und dann zu gucken, wie es läuft, um erst recht eben dann offensiv nachzulegen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Rodrigo Salazar sicherlich immer ein Thema, über das man vor allem auch taktisch diskutieren kann. Vielleicht wäre er auch mal eine Option für die Flügelposition, wenn vielleicht ein Skarke eher von der Bank kommen sollte und so weiter und so fort. Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten und erstmal ist es gut, dass wir überhaupt darüber diskutieren können, ob Salazar von Beginn an spielt oder von der Bank, weil er uns eben so lange gefehlt hat. Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, wenn wir offensiv gefährlicher werden wollen und das müssen wir, dann brauchen wir dafür eben auch ein Rodrigo Salazar. Und jetzt interessiert mich nochmal eure Meinung zu den ganzen Themen zu Marvin Piringer, Sepp Vandenberg, Rodrigo Salazar. Schreibt das mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.